Herzlich Willkommen auf der deutschen Meisterschaft in Wiesloch. Hier in unserem Reich, wie ihr unschwer erkören könnt, sind wir für die Nacht im Wettkampf schon bestens ausgerüstet und ausgestattet. Das ist auf jeden Fall unser Saison-Highlight. Wir haben jetzt nach der Süddeutschen, nach der Bayerischen in der deutschen Meisterschaft quasi unseren nationalen Saisonabschluss. Heute heißt es nochmal die Titel, die ich geholt habe, zu bestätigen. Also ich konnte beides mal den Gesamtsieg machen und dementsprechend ist mein Ziel für dieses Wochenende halt selbiges nochmal zu bestätigen und mir selber und vor allem auch dem Godrage-Team einen würdigen Saisonabschluss zu gewährleisten. Ich bin neu im Team Godrage. Also das ist für mich ein Wahnsinnsgefühl. Es ist für mich eine absolute Ehre halt das Team vertreten zu dürfen und im Namen von so einer geilen, authentischen Firma halt Wettkämpfe zu bestreiten. Dementsprechend ist das für mich nochmal so das i-Tüpfelchen. Musik gemacht. Also Brutal-Diät bedeutet zweimal am Tag Training, zweimal am Tag Cardio, dementsprechend alles reingelegt, was man reinlegen kann. Und mit so einer großen Stütze, wie es jetzt im Rücken ist, fällt natürlich einiges leichter und gibt nochmal einen extra Push. Dementsprechend bin ich jetzt hier, kann auf die Produkte zurückgreifen und bin einfach froh und dankbar und werde es mit Leistung auf jeden Fall zurückzahlen. So, damit ihr mal einen kleinen Einblick habt, was an einem Wettkampftag, also sprich sogar in einer Extremsituation vom Athleten benutzt werden kann, was Supplements angeht. Hier haben wir ein GDA-Produkt, also ein Glucose-Disposal-Agent. Bedeutet ein Produkt, das in der Lage ist, eure Kohlenhydrat-Speicher mit dem, was ihr Exigen zufügt, hier zum Beispiel Reißwaffeln oder andere Kohlenhydrat-haltige Sachen, dass die nochmal mit Nachdruck in die Muskulatur gedrückt werden, genau dahin kommen, wo sie hin sollen und eine Kohlenhydrat-Aufnahme halt einfach erleichtern. Bedeutet, ganz einfach auf der Bühne, wir sehen praller, voller aus, haben mehr Glykogen in der Muskulatur geladen und können dementsprechend dann mehr Druck beim Posing auf die Muskulatur bringen. So, damit wir uns mal überzeugen können, ob die Einnahme von den ganzen guten Produkten auch das gebracht haben, was es bringen soll, zeige ich euch mal den aktuellen Stand der Dinge, meine Form, das Wichtigste natürlich. Wichtigste natürlich. Wichtigste natürlich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018